Willkommen zurück bei Mattesluck 3. Wir sind an der vorletzten Mission, zusammen wieder mit Torep. Hallöchen. Und diesem hässlichen Kamel. Ja. Aua, das Kamel. Wahnsinn. Wieso bin ich jetzt eigentlich gestorben? Ja, toll. Ich bin gerade... Guck mal, das kann sogar springen. Oh, geile Waffe, geile Waffe, geile Waffe. Definitiv, ja. Aber du hast nicht mehr so viel Schuss, wa? Weiß nicht, weiß nicht. Alter. Und wenn die hierher... Ja, typisch. Die Wüste, weißt du. Ja, klar. Ja. So. Warum sie sich überall hin? Ja, mit der Hubschrauber nerf durch die Saue. Ja. Natürlich bringt's vielleicht zu weh. Weil eh noch nicht schon genug nerf. Und der lacht uns aus. Alter. Eh noch nerf. Gibt's doch nicht. Komm, weg jetzt. Hops. Ach, die Scheiße ist jetzt auch noch nie eigentlich. Guck mal, Panzerfahrer. Übest jetzt jede Panzer, ey. Ja. Es kommen noch Flieger hier, ey. Wie Stukas. Wahnsinn. Hä? Hä? Äh. 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 Das ist doch scheiße. Ist das doch. Boah. Hä? Da fällt uns einfach rein, der Pisser. Äh. Das hört mich auf. So, jetzt machen wir den erstmal weg. Die tötet ich. Alter, weg ist er. Scheiß Panzerfahrer, ey. Was ist das jetzt hier wieder? Ah, hier. Ach so, ja. Ach so, scheiß, hab ich da reingegangen. Wollten wir hier rein? Nein, die wollte ich da nicht rein. Wollen wir, sitzen wir hier? Bei mir, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Jetzt kommen die ganzen Folgen. Ach so, naja, das war ja der Quatsch hier. Die Menschenfresser. Ja. So. Ach genau, ach die Samen war ja auch noch. So, gekriegt. Ja. Ja. Ja, ich bin aber trotzdem tot, weil ich scheiße Arm rumgeflogen bin. Ja. Ich bin auch schon da, der Grover hier. Ja, ich auch schon wieder. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja, du hast es reingeschafft. Und dann... Ach man. Ja, ich bin auch schon wieder. Okay. Ja, ich bin echt dran. Ja, ich bin echt dran. Was für welche hier? Wissen ich nicht. Aha. Ja, ich bin echt dran. Eh. Ich bin echt dran. dazu nachher ja ja die neue Panzertechnik bis 25. bis 20. Jahrhundert auf jeden Fall Alter Alter nech warum springt der denn nicht rüber warum springt der nicht ja wenn der so nicht gesprungen der springt nicht da jetzt dann springt mich dann muss ich da gibt's doch nicht stirbt doch einfach die halten auch so viel aus die Scheiße ja und ich bin auch schon wieder tos ja habs genau gezineck ey wenn ich mal ne vernünftige Waffe habe Was ist denn der hier schönes? Oh, ich bin Lefette. Ja, weil ich so viele Kisten habe. Was? Und warum bin ich jetzt gestorben? Nee, ist gut. Aber guck doch mal nach oben. Ja. Ah, Wahnsinn. Alter. Alter. So. Maschinengewehr. Quatsch, ich bin da gestorben, ey. Sobald du immer eine Waffe hast, stopf sie gleich. Ja. Oh, ich scheiß Fattler fahre hier. Oh, Laser. Natürlich und tot. Ah, ja. Ah, jetzt weiß ich, den hatten wir auch schon gehabt. Den hatten wir schon, ja. Ach, was muss man denn hier machen? Auf den Kopf schießen, da. Auf die Mitte da, oder was? Ja, in die Mitte. Aber aufpassen, dass ich getroffen werde. Ja, ist gut, genau. Und der macht dann irgendwann, äh... Der schießt doch ganz schön fies, ey. Ja, ja. Ah, genau, die blöden Wölfe, ja. Ja, musst du weg. Explodieren tun die auch noch, siehst du. Ja, weg, 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 weg. Oh, sauber. Los, 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 los. So, was hat der schon gesagt? Ah, toll, voll reingesprungen. Ah, toll, voll reingesprungen. Äh. Ja, ja, da müssen wir... Ja. Müssen wir dann mal zur Seite gehen. Oder... Ah, guck mal, der ist schon rot, auf jeden Fall. Ja, ja, der ist sauer. Der ist extrem sauer. Das ist richtig so, der Pisser. Achtung. Aber den kannst du auf jeden Fall ausweichen. Der ist nicht ganz so fies wie die anderen. Ja, richtig, das stimmt. Ja. Ich bin neu. Ich bin immer so froh. Wo ist es da? Toll sie vor. Du sollst nicht runterspringen. Oh Mann. Ja typisch. Wahnsinn. aber kann ja nicht mehr so viel haben oder selbst ja genau so viel kann doch nicht mehr haben der ist schon komplett rot toll das wollte ich haben so jetzt stopp gut da drüben hast du auch noch Maschinengewehr jetzt kann er wirklich nicht mehr viel haben sterb da jetzt mal irgendwie alter das gibt es nicht ich habe wieder vergessen mein steam auszuschalten was hast du vergessen mein steam auszuschalten warum man sieht man wenn hier auch welche leute bei mir nicht bei mir ist es raus jetzt geht drauf jetzt war scheiße ja danke komm 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 wir haben der muss doch gleich tot Der wird uns verarschen. Ja, definitiv. Das ist doch scheiße. Äh? Nein! 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 Ah? Na? Ja, ja, geil! Super! Zeitwurzel auf App. Ist ja nervtötend. Ja. Mann, 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 Mann. Kane gerettet, aber... Ja, wir haben die Mission geschafft. Ja. Komplett. Schick, schick, schick. Jetzt kommt das Letzte. Aber das ist ja erst alles in einer neuen Folge dann. Ja, das stimmt. Wir sagen jetzt mal Tschüss. Tschüss. Bis bald.